Hallo Leute und herzlich willkommen zur wöchentlichen Show. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's natürlich zurück in ein ganz großes Horror-Franchise, denn wir reden heute über den neuesten Film im Halloween-Eintrag. Halloween Ends. Ich hätte beinahe Halloween Kills gesagt. Ne, ne, das war letztes Jahr. Genau, über den Film werden wir heute sprechen und anschließend gibt's natürlich wieder das kleine Q&A. Wenn ihr Fragen für mich da habt für die nächste Woche, dann lasst sie wirklich einfach gerne unten in den Kommentaren da. Ihr kennt das ja, ihr könnt mir gerne folgen auf Letterboxd, vor allem meine 31 Days of Horror-Liste. Ich versuche im Oktober 31 Horror-Filme zu gucken, also für jeden Tag ein Horror-Film. Das macht gerade ziemlich viel Spaß, ehrlich gesagt. Und was auch viel Spaß macht, König der Überleitung, ist, wenn ihr in meinem offiziellen Discord-Server beitretet, um noch mit der restlichen Community, die sich auch hier gerne so in den Kommentaren tummelt, auch noch ein bisschen weiter in Austausch zu treten. Und dann würde ich sagen, reden wir über Halloween Ends nach dem Intro. Halloween Ends Worum geht's jetzt in, äh, Halloween Ends? Head and Field, Lois Strode, Michael Myers ist zurück, äh, Laurie töten und so weiter. Es ist ein verdammter Halloween-Film. Zu dem Film gibt's jedoch wirklich ein bisschen mehr zu sagen, als ich eben so getan hab. Und genau deswegen wird das hier auch ein großer, ausführlicher Spoiler-Talk werden, weil über den Film gibt's wirklich tatsächlich ne Menge zu spoilern, auch wenn man denkt, das ist einfach nur ein weiterer Halloween-Slasher-Film. Nee, deswegen seid gewarnt an der Stelle. Ich versuche hier meine Gedanken zu bündeln zu diesem Film und auch irgendwie so ein bisschen Sinn aus dieser ganz neuen Halloween-Reihe zu machen. Worum geht's denn jetzt nun wirklich in Halloween Ends? Wir hatten, ja, 1978 Halloween, das Original, den großen Klassiker von John Carpenter. Wir hatten etliche Halloween-Sequels. Wir hatten dann irgendwann das Reboot mit Age 20, dann das nächste Reboot, beziehungsweise Remake oder Reimagining von Rob Zombie. Und im Jahr 2018, genau 40 Jahre später, hatten wir dann das neue, neue, neue Reboot von David Gordon Green, das einfach nur wieder Halloween hieß, was alles, was davor kam, natürlich ignoriert hat. Von dem Film war ich jetzt persönlich gar nicht so der große Fan. Ich finde, der hat einiges wirklich richtig gemacht, aber vor allem so im Mittelteil, finde ich, zieht sich der Film dann doch ganz schön. Und er hat für mich dann irgendwie nicht das geliefert, was er versprochen hat, eine Story wirklich über Laurie Strode nochmal zu erzählen. Dann kam Halloween Kills raus letztes Jahr, den ja viele Leute überhaupt nicht mochten, wo ich persönlich sage, ich feiere den Film ein bisschen. Ich habe ihn auch jetzt nochmal geschaut, die Tage, und ich habe immer noch sehr, sehr großen Spaß mit Halloween Kills. Das ist auf gar keinen Fall irgendwie ein perfekter Film oder so, aber der Film hat eine wirklich verdammt geile, bösartige Atmosphäre. Der Film zieht irgendwie die Spannungsschraube nochmal gehörig an und man hat wirklich das Gefühl, oh, jetzt ist hier die Kacke am Dampfen. Noch dazu mochte ich den Umstand, dass der Film wirklich in der Nacht anknüpft, wo das Reboot quasi aufgehört hat. Und man bekommt einfach eine Menge guter Kills. Und diese ganzen Szenen, die so dämlich sind in dem Film, ja, die finde ich irgendwie dann doch amüsant. Und deswegen ergibt Halloween Kills für mich so ein perfektes Gesamtpaket an Guilty Pleasure. Und dann kam jetzt vor knapp einer Woche Halloween Ends raus. Natürlich war es keine Frage, dass ich mir den Film angucke, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht geschrien nach dem nächsten Halloween-Film. Ich mag den ersten Halloween sehr, sehr gerne, aber ich bin jetzt kein großer Fan irgendwie der ganzen Sequels und so weiter. Aber natürlich, es ist Oktober, es ist ein neuer Halloween-Film. Natürlich gucke ich mir das Teil an. Und ich muss im Endeffekt schon mal sagen, das war für mich zwar der schlechteste Teil dieser neuen Halloween-Trilogie, aber es war auch irgendwo der Teil, den ich am meisten respektieren kann, weil ich das Gefühl hatte, dass David Gordon Green und die DrehbuchautorInnen am meisten versucht haben mit diesem Film. Und an der Stelle würde ich jetzt sagen, versuchen wir einfach mal den Film nach und nach so ein bisschen auseinanderzunehmen, weil es gibt wirklich einiges, worüber man in Halloween Ends reden kann. Das erste große überraschende Ding, wo ich mich auch schon bei den Trailern gefragt habe, warum man das jetzt unbedingt wieder so angeht, ist, dass dieser Film vier Jahre später nach Halloween Kills ansetzt. Und Laurie Strode wohnt mittlerweile mitten in Haddonfield zusammen mit ihrer Enkelin. In ihrer Tochter wurde ja im Film davor getötet von Michael Myers. Sie bereiten sich auf die nächste große Halloween-Nacht vor, ohne Bedenken, denn Michael Myers ist seit den Ereignissen von Halloween-Kills einfach so verschwunden. In dem zweiten Story-Strang geht es um einen Jungen namens Cory, und dem ist vor einigen Jahren etwas Furchtbares passiert. Nämlich als Babysitter ist das Kind, auf das er aufpassen sollte, durch einen grausamen Unfall ums Leben gekommen. Und seitdem ist er ziemlich verhasst von der ganzen Stadt. Und Laurie's Enkeling fängt jetzt eine kleine Beziehung zu Cory an. Jedoch findet Cory in der Kanalisation auf einmal Michael Myers, der ihn dazu bringt, auf einmal grausame Morde zu verüben. Das ist die Story von Halloween Ends. Und allein bei der Prämisse gibt es jetzt schon so ein paar Sachen, an denen ich wirklich angestoßen bin. Warum dieser Film auf einmal vier Jahre später spielt und nicht wieder auch an die Ereignisse von Halloween-Kills ansetzt? Keine Ahnung. Alles, worauf Halloween-Kills hingearbeitet hat, war, dass Michael in derselben Nacht mordend durch Haddonfield läuft, die Stadt sich gegen ihn wendet, und er eigentlich nur zu seinem alten Myers-Haus will, um dort aus dem Fenster auf Haddonfield zu schauen. So dämlich das klingt, das war alles, worauf der vorige Film hingearbeitet hat. Und jetzt einfach zu sagen, oh, Michael Myers ist einfach verschwunden, niemand weiß, wo er hin ist und er lebt jetzt in der Kanalisation, warum auch immer, fand ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Und ich muss da schon ganz ehrlich sagen, Halloween Ends fühlt sich eigentlich nicht so an, wie der dritte Teil dieser Trilogie, sondern eigentlich wie der vierte Teil, nachdem man diese Trilogie mit einem anderen Film hätte abschließen können. Ich hätte es richtig geil gefunden, hätten sie gesagt, nee, diese neue Halloween-Trilogie ziehen wir wirklich so auf, dass alle diese Filme in ein und derselben Nacht spielen. Wie fucking geil wäre das eigentlich gewesen? Und dann hätte man sagen können, ah ja, der dritte Film lief jetzt so gut, wir wollen die Reihe wieder aufleben lassen, mit dem nächsten Halloween-Film, der jetzt vier Jahre später spielt, Laurie geht's gut, die wohnt in Haddonfield, und Michael Myers ist, nachdem er anscheinend umgebracht wurde, in der Kanalisation zurückgezogen. Aber nee, diesen Film dazwischen hat man ausgelassen, und stattdessen hat man halt jetzt als diesen vierten Film, irgendwie als dritten Film, dann hätte das für mich auch irgendwie viel mehr Sinn ergeben, hätte man gesagt, okay, diese Figur von Corey wird jetzt der neue Michael Myers in diesem vierten Teil, und das wird dann der Michael Myers, den wir über unsere nächsten 20 Filme begleiten oder sowas. Aber so ist es ja nun mal nicht. Halloween Ends ist der dritte Teil dieser Trilogie und sticht richtig merkwürdig davon raus und wirkt überhaupt nicht eigentlich wie das Ende einer Trilogie. Für sich genommen funktioniert Halloween Ends als Standalone-Halloween-Film, ist das Teil, finde ich, gar nicht so mega verkehrt, aber als Ende einer großen, epischen, neuen Trilogie fragt man sich einfach bei sehr vielen Entscheidungen, warum sie die ausgerechnet so getroffen haben. Das andere große Ding, was ich in dem Film nicht wirklich gekauft habe, ist die Charakterentwicklung von Laurie. Ich fand's ehrlich gesagt ziemlich geil, was sie in Halloween und in Halloween Kills mit ihr gemacht haben, dass sie so Sarah Connor-mäßig zu so einer Badass-Oma wird und eigentlich nur darauf wartet, Michael Myers die Rühe wegzuballern. Und in diesem Film lebt sie jetzt einfach mitten in Haddonfield und freut sich auf die nächste Halloween-Party und backt für ihre Enkelin Kürbiskuchen. Das kaufe ich einfach überhaupt nicht, wenn mir die Filme davor vermitteln wollten, dass sie 40 Jahre lang wirklich nichts anderes getan hat, als sich auf die neue Begegnung mit Michael Myers vorzubereiten. Wirklich sich bis an die Zähne zu bewaffnen, zu trainieren, ihr Haus auszustatten mit jeglichen Fallen. Das war wirklich ihre ganze Lebensbestimmung. Und auf einmal, vor allem nach den Ereignissen vollen Halloween-Kills, in dem Michael halb Haddonfield eigentlich umgebracht hat, ihre letzten Freunde, die sie irgendwie hatte, und vor allem auch ihre Tochter kaltblütig abgestochen hat, zieht sie auf einmal mitten in Haddonfield ein, lebt mit ihrer Enkelin zusammen, in einem völlig normalen, einladenden Haus und freut sich sogar auf die nächste Halloween-Nacht und sagt ihrer Enkelin, dass sie doch bitte auf eine Halloween-Party gehen soll. Laurie, Alter, was ist los? Natürlich merkt man dann im Film, dass sie noch nicht 100% damit abgeschlossen hat und dieses Trauma von Michael Myers und der Verlust ihrer Freunde, der nagt natürlich immer noch an Laurie und ich finde, das haben sie eigentlich im Film ganz gut rübergebracht und hier muss ich auch mal wieder Jamie Lee Curtis loben, die finde ich wirklich einen fantastischen Job macht. Die hat mir jetzt in all den letzten drei Halloween-Filmen wirklich super gefallen und immer wenn es dann auch um sie geht, ist der Film eigentlich ziemlich gut. Und auch hier muss ich wieder sagen, wäre das der vierte Teil gewesen, hätte Laurie Michael schon umgebracht und würde jetzt mit dem Wissen, dass es Michael nicht mehr gibt, nach Haddonfield ziehen, hätte ich das völlig gekauft. Aber so bricht das halt komplett damit, wie ihr Charakter in den letzten beiden Filmen porträtiert wurde. Was ich eigentlich sehr mochte an Halloween Ends, das ist, wie viel sich dieser Film jetzt wieder auf die BewohnerInnen von Haddonfield konzentriert. Das hat ja vorher auch schon Halloween Kills gemacht und das habe ich diesem Film auch sehr hoch angerechnet, dass er, was das angeht, einfach mal so ein bisschen was Neues probiert hat. Und dieser Film führt das so ein bisschen weiter und erzählt eigentlich die ganze erste Stunde nur ein Drama über die BewohnerInnen von Haddonfield, wie sie mit den Morden von Michael umgegangen sind und was das so in der ganzen Stadt für Narben hinterlassen hat. Aber auch hier gibt es dann wieder so einige Stellen, die einfach mit der Kontinuität der anderen beiden Filme nicht sonderlich viel Sinn ergeben. Laurie wird zum Beispiel von verschiedenen AnwohnerInnen immer wieder vorgeworfen, dass sie damals Michael ja so sehr provoziert hat und Michael wieder nach Haddonfield in die Stadt gelockt hat und dass sie deswegen daran schuld ist, dass er so Rampage lief vor vier Jahren, wo ich mich frage, wieso geben alle Leute Laurie auf einmal die Schulter dran? Es ist doch bekannt, dass Michael aus der Psychiatrie entkommen ist, nachdem dieses Busunglück passiert ist. Und es wissen doch eigentlich auch alle, dass er nicht hinter Laurie hergelaufen ist. Er ist ja nicht mal zu diesem Krankenhaus gelaufen, sondern er wollte zurück in sein altes Myers-Haus und deswegen habe ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht gerallt. Und das sind so Continuity-Brüche, die verstehe ich nicht, vor allem wenn schon eine und dieselbe Person bei all drei diesen Film Regie führt, die es dann so eine Unebenheiten zwischen den Filmen geben kann. Jetzt kommen wir mal zu dem großen Elefanten hier im Raum, Michael Myers, beziehungsweise nicht Michael Myers in diesem Film, sondern Corey. Corey ist wohl das, was am ehesten einer Hauptfigur in diesem Film nahekommt und ich fand an sich die Hauptfigur von Corey super interessant. Es ist eine sehr komplexe Hauptfigur, der sie, finde ich, auch ein gutes gewisses Maß an Charaktertiefe gegeben haben. Es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Figur, wenn man die einführt damit, dass er durch einen Unfall beim Babysitten dieses Kind tötet und er sich seitdem mit seinem Gewissen so sehr rumplagen muss. Ich fand, das war eine super Base für einen neuen Charakter und ich fand eigentlich auch seine ganze Charakterwandlung dahingehend, dass er, dass das Michael ihm so ein bisschen das Böse zeigt oder dass er wie von dem Geist oder der Aura von Michael dann wie besessen wird und anfängt, die Bewohnerin von Haddonfield weiter zu killen. Ich finde, das ist an sich überhaupt keine schlechte Idee. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, wenn die großen Halloween-Fans alle ausrasten bei sowas und sagen, nee, das wollen wir nicht, wir wollen Michael Myers sehen, der mordet und ich meine, das bekommt man auch in diesem Film, nur leider relativ wenig. Wenn man mal zurückguckt auf die Geschichte von Horror-Franchises, hat das schon immer gezeigt, dass das bei den Fans nicht gut ankommt, wenn man irgendwie mit der Formel des Franchises spricht. Ich meine, Nightmare on Elm Street 2, Freitag der 13. Teil 5, Halloween 3 Season of the Witch, wenn der Film ja relativ gut sein soll, keine Ahnung, aber das sind alles so Beispiele, die schon gezeigt haben, dass Horror-Fans nicht damit zufrieden sind, wenn nicht die Slasher-Hauptfigur für die Morde zuständig ist. Und auch hier muss ich wieder sagen, ich finde das total legitim für einen Halloween-Film, so als Idee, einfach mal was Neues auszuprobieren. Aber es ist leider für so ein Ende von so einer Trilogie völlig fehl am Platz. An sich funktioniert das ganze Charakterzeug. McCrory finde ich erstaunlich gut. Das war eine Figur, mit der ich wirklich mitgefühlt habe. Ich habe seine Wut verstanden und ich fand auch vor allem, dass Rowan Campbell das wirklich gut rübergebracht hat. Genauso dann auch die Beziehung, die er dann zu Laurie's Enkelin aufbaut. Das hat alles an sich funktioniert. Aber es ist, wie gesagt, leider überhaupt nicht das, was man von so einem Trilogie-Ende sehen will. Es ist in dem Film hauptsächlich Corey, der sich die Michael Myers-Maske aufsetzt und dann bekommt er auch ein paar Kills, die jetzt zugegebenermaßen auch, glaube ich, niemanden vom Hocker hauen können. Allgemein, was so den Grad der Kills und der Gewalt angeht. Ich weiß, das ist nicht das, woran man Horrorfilme grundlegend messen muss. Aber vor allem, wenn wir vorher Halloween Kills hatten, der er ordentlich vorgelegt hat, stinkt Halloween Ends, was das angeht, schon ein bisschen ab. Und dann ganz zum Schluss liefert er sich den Endfight mit Laurie, der uns ja jetzt seit drei Filmen angekündigt und versprochen wurde. Und der Endfight ist ziemlich underwhelming leider. Im Finale zerfällt für mich leider der ganze Film. Diese ganzen tollen Ideen, die sie hatten mit Corey, mit ihrer Enkelin, mit Laurie, die weiterhin an diesem Trauma nagt, mit irgendwie diesem spirituellen Überding von Michael, worauf ich gleich noch ein bisschen eingehen will. All das wird leider dann im Finale komplett aus dem Fenster geworfen, wenn es dann doch wieder nur das Ende mit Laurie ist. Und der Film wirkt, als hätte der ein bisschen in eine Identitätskrise und in eine Zwickmühle gesteckt. Als konnte der sich nicht entscheiden, was er jetzt wirklich sein will. Hätten sie das durchgezogen mit Corey und hätten sie Michael vielleicht sogar schon vorher umgebracht, am Anfang des Films, und Corey wäre den restlichen Verlauf Michael Myers gewesen, hätte ich gesagt, okay, Balls move, aber, ey, durchgezogen wenigstens. Aber so, die bringen Corey kurz vorm Finale um und dann kämpft Laurie dann doch wieder gegen Michael, der bei dem restlichen Film kaum präsent war und das wirkt alles so obligatorisch. Jetzt will ich noch ein bisschen die Figur von Michael Myers auseinandernehmen und ich versuche jetzt so ein bisschen Sinn zu finden in dieser ganzen neuen Halloween-Trilogie. Was sie hier ganz eindeutig zeigen mit der Figur von Michael Myers, ist, dass er irgendwie auf einer psychologischen und emotionalen Ebene anscheinend Besitz ergreift von Corey. Dass er diesen schwarzen Fleck in Corey's Seele findet und quasi das Böse aus ihm ausbrechen lässt. Diese sinnentleerte Lust am Töten, das, was Michael Myers schon immer ausgemacht hat. Wie genau das jetzt ist und was genau das ist, das kommuniziert der Film leider auch nicht so wirklich gut mit uns. Obwohl ich finde, dass man da hätte diese Trilogie, das gut kommuniziert und gut angegangen, was Megamäßiges draus hätte machen können, weil so ein bisschen sieht man das ja auch in den anderen Filmen. Wenn man zurückgeht zu dem ersten Film von 2018, da erinnert man sich an den Schüler von Dr. Loomis, diesen einen Psychiatrie-Doktor, der auf einmal mitten im Film anfängt durchzudrehen und jemanden abzustechen und sich die Michael Myers-Maske aufzusetzen. Und auch in dem zweiten Film sieht man ja, wie die ganze Stadt von Haddonfield anfängt, in so einen Blutrausch zu kommen und dann diesen entflohenen Psychiatrie-Insassen durchs Krankenhaus zu jagen, bis er schließlich Selbstmord begeht. Ich weiß nicht, ob das im Prozess des Drehbuchschreibes wirklich alles so gemeint war, aber man kann sich zumindest irgendwie so hinbiegen, dass Michael immer wieder die Bewohnerin von Haddonfield mit seiner dunklen Aura irgendwie beeinflusst und sie irgendwie zu schlechten Menschen macht und so dieses Bösartige in den Menschen so rausholt, einfach durch seine Präsenz und seine Anwesenheit. Quasi wie ein Fluch, der sich über die Stadt legt und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr geile Idee, aber sie wirkt einfach überhaupt nicht stichhaltig umgesetzt in diesen Filmen. In Halloween Kills kommt das, finde ich, noch am ehesten irgendwie durch, aber hätte man das in diesen drei Filmen einfach irgendwie klar definiert und klar gesagt mal, wäre das was sehr, sehr Geiles gewesen. Die andere Sache, dass diese drei Teile dieser große Showdown sein sollten zwischen Michael Myers und Laurie Strode und dass es eigentlich immer um Laurie gehen sollte, die hier ihr Trauma nochmal besiegen kann, auch das hat die Trilogie meiner Meinung nach nicht wirklich geschafft, weil es dann doch eigentlich immer um andere Sachen in den Filmen ging. In dem ersten Film ging es dann, fand ich, viel mehr um ihre Tochter und ihre Enkelin, im zweiten Film ging es dann viel mehr um die restlichen Bewohner in Van Haddonfield und im dritten Film ging es dann eigentlich um Curry und ihre Enkeltochter. Also keiner dieser drei Filme hat es dann wirklich für mich geschafft, Laurie als Hauptfigur irgendwie die Zeit mal so zu geben. Im Endeffekt muss ich zu dieser gesamten David-Gordon-Green-Halloween-Trilogie sagen, dass ich finde, dass das an sich keine wirklich schlechten Filme sind. Ich finde, die haben mit diesen drei Filmen wirklich sehr, sehr viel versucht und das rechne ich denen hoch an, vor allem in einem Slasher-Franchise. Die haben so ein bisschen versucht, mit diesen Genre-Konventionen immer wieder zu brechen. Das Problem war aber bei den Filmen einfach nur, dass es viel zu viele Ideen waren, die zum Schluss irgendwie überhaupt nicht ordentlich zusammengekommen sind und einfach kein wirklich roter Faden dadurch zu erkennen ist. Als Stand-Alone-Halloween-Filme finde ich ja alle irgendwie eigentlich ganz passabel, aber als zusammenhängende Trilogie sehe ich da einfach kein Ziel, auf das das irgendwie hinausgelaufen ist. Noch dazu muss ich auch sagen, dass ich finde, alle drei von diesen Filmen einfach zu lang waren irgendwo. Das hat man, finde ich, jetzt vor allem bei dem letzten Film gemerkt, der fast zwei Stunden lang ist und ey, sorry, aber so ein Slasher-Film, ich weiß, die versuchen viel Drama hier mit reinzubringen, aber das muss nicht länger als 90 Minuten sein. Würde ich den Film jetzt bewerten, wäre es für mich irgendwie so eine 4 von 10. Es sind tolle Ideen drin, tolle Ansätze. Handwerklich ist das wirklich gut umgesetzt, aber es passt einfach nichts wirklich zusammen in diesem Film. Und ich sage es nochmal, als Ende einer Trilogie ist das nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen. Am ehesten mochte ich von diesen dreien jetzt wahrscheinlich noch Halloween Kills, mit denen habe ich einfach am meisten Spaß. Und der geht für mich am ehesten einfach so in so eine gerade Richtung irgendwie. Ja, wie fandet ihr Halloween Ends und was sagt ihr allgemein zu dieser Trilogie von David Gordon Green? Das würde mich mal wirklich interessieren. Lasst eure Meinung gerne dazu unten in den Kommentaren da. Und jetzt würde ich noch einen Blick auf eure Q&A-Fragen werfen. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich auf einmal die Kapuze habe und die Handschuhe und so weiter, auch ich versuche Heizkosten zu sparen. M07 macht wieder den Anfang. Fragen fürs Q&A. Welchen Film findest du überbewerteter? Interstellar oder E.T.? Hm. Ich will jetzt überhaupt nicht scheiße klingen und ich finde auch nicht, dass das irgendwie schlechte Filme sind oder sowas. Und wenn mir irgendwer sagt, Interstellar oder E.T. sind meine Lieblingsfilme, dann kann ich das auch absolut nachvollziehen. Aber ich persönlich würde, glaube ich, sagen E.T., ich will diesem Film den Stellenwert in der Popkultur und so weiter überhaupt nicht abstreiten. Aber als ich das letzte Mal E.T. gesehen habe, war ich irgendwie so ein bisschen underwhelmed von dem Film, weil er mich nicht mehr so abgeholt oder berührt hat. Aber trotzdem auf gar keinen Fall schlechte Filme. Welches Franchise magst du mir? Mortal Kombat oder Resident Evil? Ich beschränke es jetzt mal so auf die Filme, weil mit den Spielen, ehrlich gesagt, kenne ich mich jetzt wirklich nicht so aus. Und dann würde ich wirklich sagen Resident Evil, weil die Mortal Kombat Filme, die sind irgendwie ganz nett und ganz spaßig, aber die sind dann auch sehr das Gleiche. Und bei Resident Evil habe ich immerhin das Gefühl, dass die Filme auf unterschiedliche Art und Weise natt sind. Gibt es Filme, bei denen du den deutschen Titel besser findest als den Originaltitel? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Der Herr der Ringe, Die Gefährten klingt irgendwie knackiger als The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, oder? Ansonsten fällt mir jetzt so auf Anhieb, ehrlich gesagt, gar nicht so wirklich ein, weil meistens sind dann schon die Originaltitel besser. Blutkrähe fragt, wie würdest du die Elm Street Filme ranken, Freddy vs. Jason jetzt mal ausgenommen? Ich glaube, ganz unten wäre für mich Teil 6, also Freddy's Dad, dann würde für mich das Remake kommen. Dann wäre es für mich wahrscheinlich, ja, eigentlich die Release-Reihenfolge so ein bisschen, mit so ein paar Ausnahmen. Also dann wäre es für mich Teil 5, dann wäre es für mich Teil 4, dann wäre es für mich Teil 3 und dann 2 und dann 1. Nee, ist ja doch die Release-Reihenfolge. Ja, also unspektakulär, was das angeht. Käseprinzessin fragt, von welchen Filmen hattest du schlaflose Nächte? Also so richtig schlaflose Nächte hatte ich eigentlich noch nie irgendwie, nur weil ich einen Film gesehen habe. Ich weiß aber, als ich das erste Mal Chirus Reise ins Zauberland gesehen habe, hatte ich wirklich Albtraum die Nacht davon, von diesem Ohn-Gesicht. Alter, das hat mich so fucking krass verstört, ey, als dieses Vieh durch dieses Badehaus läuft und anfängt, alle Leute zu fressen. Das hat mich die nächste noch noch sehr begleitet, auf jeden Fall. Hast du die Dharma-Serie mit Evan Peters schon gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, ist ja auf Netflix, glaube ich, habe ich aber viel Gutes von gehört. Werde ich vielleicht irgendwann mal gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, so mit aktuellen Serien bin ich immer gar nicht so sehr hinterher, beziehungsweise ich versuche halt immer so das große Zeug zu gucken irgendwie, damit ich hier in der Show einigermaßen drüber sprechen kann und da fällt es bei mir ein bisschen hinten runter, einfach mal so random Zeug zu gucken, was so Serien angeht und ich gucke eigentlich trotzdem auch schon so random Zeug, was mich interessiert. Wie gesagt, ich bin immer noch dabei, Took and Birdie zu gucken oder Ghost in the Shell Standalone Complex und The Boondogs zum Beispiel. Das sind so die Serien, die ich gerade auf dem Plan habe und ich habe auch immer noch nicht die dritte Staffel von The Boys gesehen. Ich habe viel nachzuhören. Und Dark Angel fragt, machst du eigentlich eine Review zu Terrifier 2? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geplant. Ich habe auch den ersten gar nicht gesehen. Ich habe nur hier All Hollows Eve gesehen und den fand ich nicht gut. Ich denke mal, ich werde mir Terrifier 2 auf jeden Fall irgendwann mal angucken, aber jetzt eine große Review, dazu wird es wahrscheinlich nicht geben, aber dann kommt es halt in meinem Letterboxd-Tagebuch auf jeden Fall. Deswegen einfach mal die Augen offen halten. Generell auch, wenn ihr mir Filmvorschläge da lasst, wozu ich eine Review mache. Ich versuche eigentlich so zu aktuellen Sachen meistens Reviews zu machen. Ich wollte eigentlich auch zu The Woman King ins Kino gehen, aber ich schaffe es gerade einfach nicht im Oktober. Haltet wie gesagt einfach mal die Augen offen. Im Letterboxd-Tagebuch wird der Film schon irgendwann dabei sein. Dann vielen, vielen Dank für eure tollen Fragen. Hat mich wieder wirklich gefreut. Lasst gerne Fragen für die nächste Woche unten in den Kommentaren da. In der nächsten Woche gibt es leider nicht meine Addams Family Retrospektive. Ich habe es wirklich einfach nicht geschafft. Mein Oktober war irgendwie wieder viel zu voll. Deswegen wird es aber nächste Woche meine Review geben zu dem neuen VHS-Film VHS 99. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mag die VHS-Filme. Und ja, eine Review zu Tales of the Jedi, die neue Star Wars-Animationsserie. Die kommt ja jetzt bald auf Disney Plus raus. Und ich als Star Wars-Fan muss natürlich drüber reden. Genau, das wird noch im Oktober kommen. Und die Addams Family Retrospektive, habe ich gedacht, gebe ich euch dann einfach, wenn die Wednesday-Serie rausgekommen ist auf Netflix. Dann kann ich nämlich darüber auch gleich reden in einem Rutsch. Das ist, glaube ich, eigentlich am besten. Dann danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Kommt gut durch die nächste Woche. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.